Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Korgarnholt und wir haben doch keine Aufgabe mehr im Moment ausgewählt. Was wählen wir denn für einen aus? Wir dürfen noch Derfels Laboratorium machen, Matix Days finden. Was ist das denn? Derfel hat mich bedrängt, einem gewissen Matix Days einen Brief zu überbringen. Ich muss den Burschen also in Kandrian aufspüren und ihm den Brief geben. Nach Kandrian will ich erstmal noch nicht. Die Belohnung einfordern. Vaynes Glück, das können wir immer noch machen. Pilgerins Rückschlag, beschaffe Schriftrollen. Fünf Schriftrollen sollen wir beschaffen. Eine Schar von Kobolden hat einer Pilgerin, ach Pilgerin, einer Pilgerin auf dem Weg in die Ruinen von Mulrana ihre Schriftrollen gestohlen. Die Besitzerin lässt sich die Wiederbeschaffung aller Schriftrollen etwas kosten. Gut, dann können wir hier den Ehering finden. Das wäre nur eine Sache. Ein Auftrag in der Helmgard-Feste. Er fordert einen Ehering aus einem Grab in der verlassenen Ebene, um ihn einer anderen zu überreichen. Na gut, Heilungssuchende Reagenzienpflanzen. Ja, das machen wir nebenher. Und die beiden unteren, das sind noch welche aus Dalentard. Ja, aus dem anderen Biom eben. Die machen wir aber auch nicht hier. Außer vielleicht das Schmieden, das können wir ja machen, aber das andere vielleicht nicht. Oh, ich denke der Ehering, das könnte schon ganz interessant sein. Wird uns das denn auf der Karte angezeigt? Oh, wir haben ja hier noch gar nicht richtig aufgeräumt. Wir können ja hier noch einmal rechts rum. Und dann sind da ja noch ein paar Schurken, ein paar Kobolde für uns. Oh, die haben sich schön hier eingesperrt. Okay, ihr wolltet es jetzt so. Na du bist das hier. Und warum seid ihr hier? Habt ihr hier irgendetwas bewacht? Einfach nur so in einem leeren Raum steht hier rum. Am Lagerfeuer. Röstet Marshmallows. Na, okay. Na dann gehen wir eben wieder raus. Ich schätze mal, dass wir hier nochmal hingeschickt werden. Alleine schon für die Kriegsgeweihten. Die werden uns wahrscheinlich dann auch nochmal überall durch die Burgen jagen. So, jetzt brauchen wir nochmal die Karte, denn wir brauchen diesen Wegpunkt auf Corgan Hold nicht mehr. Wir wollen jetzt... Wir wollen jetzt... Ja, wo geht's denn hin? Oh, das ist ja mal was anderes jetzt. Die verlassene Ebene. Ja, okay. Versuchen wir das mal so, ob uns das dann angezeigt wird. Ja, wird uns hier oben angezeigt. Wäre uns aber auch ohne den Wegpunkt hier angezeigt worden. Oh, Bogart-Akrobaten. Okay, Bogarts. Mit denen hatten wir ja schon super lange nichts mehr zu tun. Also, die Kobolde können wir mitnehmen. Ja, die freien Männer dort eigentlich. Und die Bogarts auch. Ja, was gibt's da eigentlich für eine Geschichte dahinter, dass diese ganzen Kreaturen hier so kriegerisch rumlaufen? Ich meine, ja klar, es ist Krieg, aber zu welcher Fraktion gehören die jetzt? Sind die jetzt alle vom... Von den Feien... ...irgendwie be... ...bekehrt worden, dass die für die Feien kämpfen? Also, für die... Eigentlich sind's ja keine Feinden mehr. Na, schaffen wir die alle? Komm, einen wenigstens. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass diese... ...diese ehemaligen Feien, dass die... ...alle hier... ...so ein bisschen überzeugt haben davon. Geht doch für uns in den Krieg. Gefälligst. Ja, sollen wir die Wölfe auch mitnehmen? Ich glaube... Ach, die Wölfe lassen wir heute mal. Aber zu den verlassenen Ebenen geht es jetzt hier am Schrein vorbei, glaube ich. Ja, aber das wird ja kein anderes Biom sein, oder? Ja, wenn, dann holen wir... Ja doch, könnte sein. Wenn, dann holen wir eben den Ring ab... ...und gucken uns da jetzt nicht so weiter um. Ich möchte jetzt nicht unbedingt in ein neues Biom... ...und wir haben jetzt kein Feuer mehr dabei. Oh! Ja, das hätte man sich doch fast denken können. Und wir haben jetzt kein Feuer mehr dabei. Oh! ...und wir haben... Aber Eis können die glaube ich auch nicht ab, haben wir mal festgestellt. Oh, das geht. Feuer wäre besser gewesen. Oh, Gelassenheit. Ja, das brauche ich manchmal. Manchmal. Gelassenheit. Was ist denn Gelassenheit? Wir haben zwei Relikte gefunden. Alte Relikte von Lyria. Ja. Nein, Gelassenheit. Wo ist das denn? Wo ist denn Gelassenheit? Gelassenheit. War das eine Waffe? Das war ein Stab, oder? Hier, Gelassenheit. Das war ein Zepter. Dieses Feienzepter wurde kürzlich in Dalentart auf einem Waldboden gefunden. Der Stil ist in der des Alten Hofs des Sommers. Die Verzauberungen stammen jedoch vom Alten Hof des Winters. Was? Wie kommt das denn? 10% Chance auf Betäubung. Da, 6 Sekunden lang 22 Einfrieren-Schaden, 36 Eisschaden und plus 55 Mana. Schick. Oh, oh, hier. Das sieht mir ja bald so aus. Als wäre es hier vorbei. Ich springe noch so gerne. Nein, nur die Straße endet hier abrupt. Haben Sie hier aufgehört zu bauen? Ich sehe keinen Hammer, kein Werkzeug. Ach, nein. So einer. Was ist denn das? Der ist neu. Ich glaube, der ist neu. Was ist denn das? Nee, das ist ein Troll. Ist das doch. Aber es ist ein Berg-Troll. Langes Zerr. Und mit den Worten, lang ist Zerr, sind wir dann auch gestorben. Ich kann mich nicht wieder aufpassen. Ich komme aus. Ich komme aus. Und mit den Worten, lasst nicht mehr. Ich komme aus. Ich komme aus. Ich komme aus. Ich komme aus. Okay. Genau. Reg dich nicht auf. Wir kommen gleich wieder. Wir kommen gleich wieder. Ah, Feuer ist da. Der Tank ist angebrochen. Eigentlich müsste er zu Stein verwandelt werden, oder? Machen das Trolle nicht immer am Tag? Au. Du Lump. Nein, nicht doch. Oh. Das bezahlst du aber. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist hier nur passiert? Och, die kleinen Wichte mussten uns jetzt unbedingt auch noch mit irgendetwas anstecken. Reagenzchen pflanzen. Belohnung einfordern. Ja, das können wir, denke ich, immer noch machen. Ich denke, jetzt wird es Zeit, uns die Aufgaben nochmal anzugucken. So, Belohnung einfordern. Der Ehring befand sich noch an der Hand der verstorbenen Gemahlin des Besitzers. Ich sollte ihn zu Hanrik in der Helmgard Feste bringen, um meine Belohnung einzufordern. Das, wie gesagt, können wir immer noch machen. Okay, Hermatik's Days finden. Das ist jetzt, glaube ich, genau am anderen Ende. Schriftrollen beschaffen. Ja, mal gucken, was jetzt so näher ist. Oh, tatsächlich. Beschaffe Schriftrollen. Da können wir eine da oben holen. Nein, 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 nein. Das machen wir doch dann mal. Also, vielleicht hier über den Glutaugen da rum und dann da rauf. Mal gucken, ob das geht. Gekommen sind wir ja von hier, glaube ich. Absprungpunkt, ja. Also einfach dem Weg folgen, erst mal. Oh, Moment mal. Da oben läuft ja jemand. Der ist ja friedlich. Wie kommt denn das? Was läufst du denn hier rum? Hallo, Flüchtling. Die verlassene Ebene trägt ihren Namen aus gutem Grund. Wir sind den ganzen Weg von der Küste gelaufen. Und viele haben es nicht bis hierher geschafft. Aber du hast es geschafft. Und da vorne, da ist ja hier, ist ja eine richtige Stadt. Neu Kulun. Ja, dann gucken wir uns doch hier mal um in der nächsten Folge. Ups, ja genau. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes in dieser Folge haben wir schon mal den Ehering gefunden. Darauf hatten wir es ja abgesehen. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.